Der Kübelreiter von Franz Kafka Verbraucht alle Kohle, leer der Kübel, Sinnlos die Schaufel, Kälte atmend der Ofen, Das Zimmer voll geblasen von Frost, Vor dem Fenster Bäume starr im Reif, Der Himmel, ein silberner Schild gegen den, der von ihm Hilfe will. Ich muß Kohle haben, ich darf doch nicht erfrieren, Hinter mir der erbarmungslose Ofen, vor mir der Himmel ebenso, Infolgedessen muß ich scharf zwischendurch reiten Und in der Mitte beim Kohlenhändler Hilfe suchen. Gegen meine gewöhnlichen Bitten aber ist er schon abgestumpft, Ich muß ihm ganz genau nachweisen, Daß ich kein einziges Kohlestäubchen mehr habe, Und daß er daher für mich geradezu die Sonne am Firmament bedeutet. Ich muß kommen wie der Bettler, Der röchelnd vor Hunger an der Türschwelle verenden will, Und dem deshalb die Herrschaftsköchin Den Bodensatz des letzten Kaffees einzuflößen, sich entscheidet. Ebenso muß mit der Händler, Wüthend, aber unter dem Strahl des Gebotes, Du sollst nicht töten, Eine Schaufel voll in den Kübel schleudern. Meine Auffahrt schon muß es entscheiden, Ich reite deshalb auf dem Kübel hin, Als Kübelreiter, die Hand oben am Griff, Dem einfachsten Zaumzeug, Drehe ich mich beschwerlich die Treppe hinab, Unten aber steigt mein Kübel auf, Prächtig, prächtig, Kamele, niedrig am Boden hingelagert, Steigen, sich schüttelnd unter dem Stock des Führers, Nicht schöner auf. Durch die festgefrorene Gasse geht es in ebenmäßigem Trab, Oft werde ich bis zur Höhe der ersten Stockwerke gehoben, Niemals sinke ich bis zur Haustüre hinab, Und außergewöhnlich hoch schwebe ich vor dem Kellergewölbe des Händlers, In dem er tief unten an seinem Tüschchen kauert und schreibt. Um die übergroße Hitze abzulassen, Hat er die Tür geöffnet. »Kohlenhändler«, Rufe ich mit vor Kälte hohlgebrannter Stimme, In Rauchwolken des Atems gehüllt, »Bitte, Kohlenhändler, gib mir ein wenig Kohle, Mein Kübel ist schon so leer, Daß ich auf ihm reiten kann. Sei so gut, Sobald ich kann, bezahle ich's.« Der Händler legt die Hand ans Ohr. »Höre ich recht?« Fragte er über die Schulter weg seine Frau, Die auf der Ofenbank strickt. »Höre ich recht? Eine Kundschaft!« »Ich höre gar nichts«, Sagt die Frau, Ruhig aus- und einatmend über den Stricknadeln, Wohlig im Rücken gewärmt. »Oh ja«, rufe ich, »ich bin es, eine alte Kundschaft, Treu ergeben, Nur augenblicklich mittellos.« »Frau«, sagte der Händler, »es ist, es ist jemand. So sehr kann ich mich doch nicht täuschen. Eine alte, eine sehr alte Kundschaft muß es sein, Die mir so zum Herzen zu sprechen weiß.« »Was hast du, Mann?« Sagte die Frau und drückt, Einen Augenblick ausruhend, Die Handarbeit an die Brust. »Niemand ist es!« »Die Gasse ist leer.« »Alle unsere Kundschaft ist versorgt.« »Wir können für Tage das Geschäft sperren und ausruhen.« »Aber ich sitze doch hier auf dem Kübel«, Rufe ich und gefühllose Tränen der Kälte Verschleiern mir die Augen. »Bitte, seht doch herauf! Ihr werdet mich gleich entdecken. Um eine Schaufel voll bitte ich. Und gebt ihr zwei, Macht ihr mich überglücklich. Es ist doch schon alle übrige Kundschaft versorgt. »Ach, hört ich es doch schon in den Kübel klappern!« »Ich komme«, sagt der Händler, Und kurzbeinig will er die Kellertreppe emporsteigen, Aber die Frau ist schon bei ihm, Hält ihn beim Arm fest und sagt, »Du bleibst!« Lässt du von deinem Eigensinn nicht ab, So gehe ich hinauf. Erinnere dich an deine schweren Husten heute Nacht, Aber für ein Geschäft, Und sei es auch nur ein Eingebildetes, Vergißt du Frau und Kind und opferst deine Lungen. Ich gehe. »Dann nenn ihn aber alle Sorten, Die wir auf Lager haben. Die Preise rufe ich dir nach.« »Gut«, sagt die Frau und steigt zur Gasse auf. Natürlich sieht sie mich gleich. »Frau Kohlenhändlerin«, rufe ich, »Ergebenen Gruß!« »Nur eine Schaufel Kohle, Gleich hier in den Kübel.« »Ich führe sie selbst nach Hause.« »Eine Schaufel von der schlechtesten.« »Ich bezahle sie natürlich voll, Aber nicht gleich.« »Nicht gleich.« Was für ein Glockenklang sind die zwei Worte »nicht gleich«, Und wie sinnverwirrend mischen sie sich Mit dem Abend läuten, Das eben vom nahen Kirchturm zu hören ist. »Was will er also haben?« Ruft der Händler. »Nichts«, ruft die Frau zurück. »Es ist ja nichts. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Nur sechs Uhr läutet es, Und wir schließen. Ungeheuer ist die Kälte. Morgen werden wir wahrscheinlich Noch viel Arbeit haben.« Sie sieht nichts, Und sie hört nichts. Aber dennoch löst sie das Schürzenband Und versucht mich mit der Schürze Fortzuwehen. Leider gelingt es. Alle Vorzüge eines guten Reittieres Hat mein Kübel. Widerstandskraft hat er nicht. Zu leicht ist er. Eine Frauenschürze jagt ihm die Beine vom Boden. »Du Böse!« Rufe ich noch zurück, Während sie, Zum Geschäft sich wendend, Halb verächtlich, Halb befriedigt, Mit der Hand in die Luft schlägt. »Du Böse! Um eine Schaufel von der Schlechtesten Hab ich gebeten, Und du hast sie mir nicht gegeben.« Und damit steige ich In die Regionen der Eisgebirge Und verliere mich Auf nimmer Wiedersehen. So wie sagt sie mir etwas Erúng sind. Und damit steige ich In die Luft schlägt, Und ich fabriere mich mir etwas hin. Oder etwasério,